Seid ihr wieder bereit für Super Mario Sunshine? Ich hoffe noch meine lieben Freunde, willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück und blablabla Ich weiß, ich hab viel Scheiße im Hören, aber die Scheiße werde ich jetzt in diesem Part hier produzieren Und zwar werde ich dafür sorgen, dass wir die letzten, äh, Sterne hier, Insignien, tut mir leid, ich sag immer Sterne Die letzten Insignien hier bekomme Und zwar, ähm, ähm, also soweit ich mich erinnere, können wir dafür jede Mission wählen Hauptsache, es ist eine Mission, die nach der eigentlichen Mission mit dem Mysterium stattgefunden hat Das heißt, sagen wir einfach mal, der See und seine Roten Münzis Da sind ja beide Mysterien, Entschuldigung, Mysterien schon offen Und wir können uns eine ausruhen, ich würde mal sagen, wir nehmen halt einfach die erste von beiden Und dann nehmen wir halt die zweite gleich Und dann sind wir alle happy Bam, 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 wir sind dann so happy, richtig happy Und auch noch dazu fett Vielleicht nicht fett, aber happy auf jeden Fall So, mehr blaue Münzen habe ich leider wirklich nicht im Kopf Wie viele blaue Münzen haben wir denn hier eigentlich? 23, das heißt, sieben Münzen fehlen mir Ich weiß, dass da eigentlich noch eine ist, aber dafür habe ich die Mission verpasst Ja, mehr fallen mir einfach nicht ein Die muss ich dann halt im Backtracking-Modus holen Und ja, das wird dann halt auch nochmal gemacht Aber wie gesagt, mache ich das erst, wenn ich auch alles machen kann Weil, äh, ich habe jetzt noch nicht alle nötigen Mittel, sagen wir es mal so Um alles zu kriegen hier, bin ich zumindest der Meinung Deswegen werde ich, äh, warten, bis ich das halt freigeschaltet habe So Rainer Yeah Da ist er, der fette Knopf So, wir haben, wie wir sehen, unsere Düse Mario Morgana hat es euch gesagt Scheiß drauf, diesmal klaue ich es ihm nicht Und wenn wir den halt aktivieren Zack, sammle acht rote Münzen Nee, die Zeit abgelaufen ist Viel Glück, du Stinky Wir haben eine Minute Zeit Sollten wir eigentlich knacken Sogar, also mit der Düse sowieso So, da hinten ist noch etwas Die Musik, ey Die Musik hat schon Auf jeden Fall was im Hören gehabt Aber nichts Gutes So Das ist gemein Da hinten einfach mal Ohne Düse kommt man hier doch eh nicht hin Was war das denn, Mario? Machst du erst mal so einen dicken Jump Habe ich dir das erlaubt? Mein Sohn, habe ich dir diese Sache erlaubt? Wieha So, und dann sammeln wir den noch ein Zack Da ist sie Die erste Insigne Äh, die erste Geheiminsigne Und jetzt nur nicht sterben So, die Zeit ist angehalten Ist das geil So, landen wir mal hier drauf Geil, geil, geil So, und Meine Zack, und wir haben Zehn So, da habe ich euch ein bisschen Unnötigen Weg erspart Diese rote Münzenmission Wird sicherlich Angenehm Oh Mann Ich habe jetzt schon Lust So Zack Bam Ach, rote Münzen, Bitch Man darf ja hier nicht mal hetzen Weil wegen Guckt euch an Dann würden wir alle sterben Mann, sammelt die Scheiße auch mal ein Ja, das Äh Das lief gut Ich bin zufrieden mit meiner Leistung Okay Versuchen wir es nochmal Und Zack Viel Glück Ich brauche kein Glück Ich brauche Ein Schutzengel So, dankeschön Ich hoffe, das war die einzige hier Ich denke schon Am inneren kriegen wir hier wieder ein extra live So, äh Ich glaube, wir können auch Hier so rüber Erspart uns ein wenig Zeit Danke dafür So Die Musik ist so krank Aber krank ist gut Dankeschön Wir haben schon Fünf von acht Fehlen ja nur noch drei Hey, rechnen können wir auch schon So Okay, hier sind die letzten drei Wie schein Da badabam Bam, 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 bam So Warum dreht ihr euch nicht so? Dankeschön Und Noch einmal Dankeschön So Hier drauf Oh, ich habe nur noch 18 Sekunden Äh, wie habe ich das Gefühl? Ich habe ein bisschen Zeitdruck Und, äh Ja Wenn ich jetzt, äh Jetzt sterbe ich Wow, ich habe es noch geschafft Nicht schlecht Noch lebe ich Wow, ich habe es geschafft Yay Rein in die Scheiße Und jetzt Ah, bam In your face So, um jetzt euch das mal zu erklären Jetzt haben wir ja alle Geheimsterne hier Und, ähm Ja, jetzt fehlt ja nur noch der Münzenstern Insigne Fuck Egal Und die machen wir Und die machen wir wie folgt Ich werde jetzt in das, äh In irgendein Kapitel gehen Ich weiß leider kein Kapitel gerade aus dem Kopf Was ziemlich gut für die Münzen wäre Weil manche Kapitel haben ja halt mehr und manche weniger An Münzis Ähm Aber ich werde mir da schon eins raussuchen Und dann werde ich das halt so machen Ich werde nicht kommentieren Sondern das wird halt im Speed-Up gemacht Und, äh Ja, da werde ich halt im Speed-Up alle roten Äh, alle roten Alle Münzen sammeln Bis ich den Stern habe Und dann geht's weiter Also, meine lieben Freunde Wünscht mir Glück beim Suchen Wünscht mir Glück beim Suchen Wünscht mir Glück beim Suchen Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Oh, na guck mal da an, was ich durch Zufall einfach mal entdeckt habe. Ha, das ist ja mal interessant. Naja, warum nicht? Okay, Speed up, weiter. Untertitelung. BR 2018 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 Tja, Leute, ist ein wenig scheiße gelaufen, aber anscheinend, ähm, ja, kriege ich es nicht geschissen, die 100 Münzen zu sammeln, weil bei 97 bin ich hängen geblieben und es gäbe zwar Möglichkeiten, mehr Münzen zu bekommen, aber dafür brauche ich doch etwas, was ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt, ich habe einfach mal umsonst jetzt die ganze Zeit hier gesucht und ihr habt die ganze Zeit umsonst den Speed up gesehen, aber hey, nach der blauen Münze ist halt wirklich nichts mehr passiert. Ich habe halt die blaue Münze gesammelt und scheiße, jetzt müssen wir halt damit leben, nicht wahr? Ach ja, gut, meine lieben Freunde, dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, noch ein bisschen in der Overworld zu rocken. Ja, wunderschön. Autsch. Ja, ich habe es verdient. Ey, 97 Münzen, so ein Scheiß. Ja, ich werde das später nochmal mit den 100 Münzen versuchen. Ich habe meine Lektion gelernt. Wir werden jetzt hier in der Overworld noch ein bisschen rumlaufen. Hier gibt es ja auch nochmal 100 Münzen. Aber die werde ich jetzt nicht machen. Hier können wir auch, ähm, schon ein Level freischalten. Und was auch ganz interessant ist, hier gibt es so eine geheimen Serie. Genau hier. Genau hier. Tada. Ist das nicht wunderschön? Ich weiß auch jetzt überhaupt nicht, wie viel Zeit ich noch übrig habe. Das ist das Doofe. Deswegen werde ich einfach ein bisschen schätzen. Ich weiß ja auch nicht, wie schnell der Speed up war und... Arg, arg, arg. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Bam, 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 bam. Und hoch. Und so, jetzt sammle die Scheiße ein. Bam, bravissimo. So bravissimo war das eigentlich gar nicht. Aber, okay, fortfahren. Jaja. Und wie man sieht, der Sonnenschein wird immer größer, je mehr wir an Insignien sammeln. Weil jetzt ist der Sonnenschein schon bis hier hin Wunderschön Finde ich ganz cool gemacht Hat ja etwas So, über was beschwert ihr euch denn? Unmöglich! Mir reicht jetzt! Wer beschmiert die Wand? Was soll M überhaupt heißen? Und kennen wir uns? Ähm, M bedeutet maskulin Das habe ich erfunden, das Wort So, hier sind normale Vögel Grüne Vögel geben halt Münzen Dann gibt es aber auch noch blaue Vögel Die geben halt blaue Münzen Aber hier ist gerade keiner Rocken wir halt ein bisschen die Overworld Ah, das mit Monte Bianco regt mich jetzt auf So Man hört ja schon den Sinje wiederum zwirbeln Ah, da ist so ein blauer Vögel Den kriege ich doch hier, komm Jetzt dreht er hier seine tollen Runden Wow, dreht er mal richtig Die sind richtig scheiße Die blauen Vögel Die hasse ich am meisten, ey Wo fliegst du lang? Komm mal her, du dummer Vogel Jetzt kommt er direkt auf mich zu Ja man Ah, yes Erwischt man So Meine Schön Dann haben wir den auch schon mal erledigt Zum Glück gibt es nicht allzu viele von diesen blauen Vögel im Spiel Aber schon ein paar Na, was willst du? Ne Sie will Bananas Wie gut, dass hier um die Ecke ein Obststand ist Warum sie nicht einfach um die Ecke geht Hier sind einfach Bananen So, ich klau mir mal ein paar Bananen Es ist für einen guten Zweck So Ähm, Moment Äh, ich muss hier am Rand stehen dafür Äh, äh Und So So Davon gibt es auch ganz schön assige Versionen Weil hier sind ein paar mehr, die halt solche Früchte wollen Und da ist eine auch auf der Insel Die, die will irgendeine Scheiße haben Und eine, eine will auch Durians haben, glaube ich Die da hinten mit dem Korb War das, glaube ich Wie scheiße kann man sein? Was will man mit den Dingern überhaupt? Ey So, hier rein da Mario Mario Und? Na? Komm, lass fallen Oh Mario 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 Ah, wunderschönchen Wie sie danst Oh ja, ich freue mich, Bananen Die Polizei ermittelt War da eben ein neuer Text? Habe ich gar nicht bemerkt Ah ja, kurz nachricht Gucken wir nochmal einfach Aha Neuen Berichten zufolge Ist der Leuchtturm An der Ostküste Verschwunden Scheiße, Mann Die Polizei ermittelt Und wir haben uns eben was verdient Danke, Schatzi Yeah Ich glaube, das kann man aber nur einmal machen Oh lord Vielleicht werde ich die später noch einmal um Hilfe bitten Nein Und die streiten sich da Was ist denn hier los? Leute, Leute Was ist los? Das ist Quatsch Steine vorfahren Waren alle Koffeure Oder Chauffeure? Chauffeure heißt das, ne? Chauffeur Ja, Chauffeur Entschuldigung Du Lügner Ich lüge nicht Ich habe sogar Fotos von ihnen gesehen Du hörst mir nicht zu Du Matschbirne Chauffeur Oder Chauffeur Keine Ahnung, Mann Weiß ich gerade nicht, wie das geschrieben wird Entschuldigung Möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte, dass du lobstbringst Und zwar Ananas Ach, sie will Ananas Okay Doch, kein Durian Und jetzt denkst du rum Yeah, Ananas Das ist keine Ananas Wer hat denn hier Ananas? Das ist keine Ananas Da ist Ananas Machen wir einfach hier ein bisschen Rocken war das Zack Wo habe ich das hingeworfen? Oh, ich habe getroffen Wo habe ich es hingeworfen? Oh, reingetroffen Mensch, blinder Wurf Ananas Hast du Kopfschmerzen? Anscheinend Ey, wieso strengt sich Mario eigentlich an? So schwer kann doch die Ananas nicht sein Okay, ich meine, sie ist so groß wie er Aber es ist eine Ananas Und? Oh, da kommt sie wieder Sie wurde nicht akzeptiert Versuchen was nochmal Hm Moment mal Hey, hey, hey Ananas Hä Na Mann Wo fliegen die hin? Hm Das ist doch einfach nicht wahr So Hm, jetzt war ich Jetzt stand ich perfekt Aber nur ein bisschen zu weit weg, ey Oh, immer noch zu weit weg So, jetzt aber Hübs Yeah Okay, noch eine Dann ist sie Happy wie so ein kleiner Keks Schön, wie eure Früchte auch immer wieder spawnen Das ist doch mal eine Geschäftsidee Wieder spawnende Früchte So, ein Weitwurf Yeah So muss das Danke, Schatzi Yeah Ich bin ein Schatzi Yeah Bam, 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 bam Bam, 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 bam Das hat nichts gebracht So, hier ist ein grüner Vogel Und ein gelber Vogel Ah, ich glaube gelbe Vögel gibt es nicht Es gibt nur grüne und blaue Dann haben wir hier noch was Hier noch was, hier noch was Ähm, was war denn hier Ah ja, hier mussten wir glaube ich In einer gewissen Zeit Alle Kisten kaputt machen, ne Ähm, zerbrich alle Kisten Binnen drei Sekunden Und du gewinnst, Mann Versuch starten Klar, Mann Das ist eigentlich gar nicht so einfach Wie es aussieht Vor allem, wenn das passiert Jetzt habe ich glaube ich eh schon verkackt Oder? Ja, entscheide ich ja nicht Ah, das war großartig, Mann Du bist der Beste Okay, äh Ist doch einfacher gewesen Als gedacht Ich dachte es gibt davon Ich dachte es war schwerer Vielleicht gibt es davon auch noch Eine schwierigere Version Egal Badabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab So, ich weiß immer noch nicht, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt einfach den Part. Wir sind hier genug rumgestratzt in der Welt. Hier kann man auch rein. Das ist jetzt so ein Verbindungstunnel. Kann man ein bisschen durch die Stadt rumstratzen. Hier ist auch noch irgendwo mehrere blaue Münzen, glaube ich, versteckt. Ich glaube, eine ist hier hinten irgendwo. Ne, ne. Okay, hier ist schon mal keine. Hier ist es natürlich auch wichtig für die 100-Münzen-Missionen. Weil hier sind auch ziemlich viele Münzen versteckt, wie man sieht. Okay, dann habe ich mich hier mit der blauen Münze wohl vertan. Oh, doch nicht. Okay, da war sie. Sehr schön. Also, ich glaube, hier in Piazza Delfino gibt es 19 blaue Münzen. Und die restlichen 11 sind dann woanders. Wenn ich mich nicht täusche. Aber es kann ja immer mal sein, dass ich mich arg täusche, nicht wahr? Zack. Dedel, dedel, dedel. Dedel, dedel, dedel. Dedel, dedel, dedel. Dedel, dedel, dedel. Was ist denn hier schönes? Wey! Ach so. Wir sind wohl hier. Warum auch immer. Dedel, dedel, dedel. Dedel, dedel, dedel. Lass uns den Chor singen. Dedel, dedel, dedel. Dedel, dedel, dedel. Warte mal. Nyo. Ging es hier noch gerade aus? Ja, okay. Ba, 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 ba. Hier war doch noch eine blaue Münze. Glaube ich zumindest. Äh, oder auch nicht. Hey. Hallo, Dreh, wa. Zack. Hm. Ba, 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 ba. Aber du willst ja auch noch mal Früchte. Warum wollen ihr alle Früchte? Seid ihr alle hier unzufrieden, kleine Stinkis? Okay, wisst ihr was, meine lieben Freunde? Ich werde hier jetzt den Part benden und im nächsten Part kümmern wir uns um die alte Schrulle. Mal gucken, was sie will. Wahrscheinlich will sie, ich glaube, sie will die Durianz, weil sie schon so einen komisch aufgestellten Korb hat. Aber das werden wir im nächsten Part herausfinden, meine Freunde. Also, bis zum nächsten Part. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das mit dem gefailten Speedup wegen den 100 Münzen. Ich werde das mit den 100 Münzen nochmal überdenken. Ich glaube, ich werde mit den 100 Münzen sammeln auch einfangen, wenn ich alles Freischaltbare freigeschaltet habe. Vielleicht werde ich auch alle 100 Münzensterne erst ganz am Ende machen, wenn ich alle Level gemacht habe. Ich glaube, so werde ich es auch machen. Also, ich werde alle 100 Münzen in Sinien erst ganz zum Schluss holen, wenn ich alle Level komplett habe. Ich glaube, so werde ich es machen. Ja, erstmal die Hose nochmal richten und schlafen. Ja, okay. Er hat es sich verdient. Und ihr habt jetzt auch eine Pause von mir verdient. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüsselichen.